hallo und willkommen zurück auf meinem kanal normal sky unser spiel und ich möchte heute mit euch ein bisschen unterwasser bauteile benutzen beziehungsweise verbauen und im prinzip dasselbe wie dieses hier ein klein bisschen anders aber ja natürlich gehe ich nicht in die pfütze und spiele da ein bisschen mit unterwasser bauteilen herum nein wir bauen natürlich mit unterwasser bauteilen hier oben ja wie sollen das funktionieren ganz einfach wir schauen mal und zwar da gehen wir in die unterwasser bauteile und wie wir sehen es leuchtet ja ich würde sagen blau blau ja und wenn ich das bauen möchte dann heißt es muss unter wasser gebaut werden also kann ich ja eigentlich gar nicht bauen ich sag einfach mal doch okay wie machen wir das ganz einfach dann gehen wir mal in die metall bauteile nehmen uns nehmen uns die kleinen metallwände setzen die da drauf wo wir unsere mitte haben wollen also da ist natürlich nicht die mitte ist ganz klar das kommt jetzt gleich bauen uns eine bodenplatte dorthin nehmen die beiden teile wieder weg und die auch okay gut ja bis jetzt habe ich noch kein wasser teil gesehen also unser wasser teil das geht jetzt hier auf weiter hat ein zurück so ja die elektrische metalltür und setzen uns die hier einfach mal an und schon können wir die bodenplatte entfernen die brauchen nicht mehr und die metallwand auch dann geht's weiter ja so dann gehen wir jetzt in das menü rein wo wir löschen wieso schon wieder löschen nein das metalltür brauchen wir wir nehmen uns jetzt noch einmal die metalltür bauen die uns hier einfach dann setzen unten einmal noch mal dran und schon können wir wieder löschen ja unsere lieblingsbeschäftigung ist eigentlich löschen also das meiste was wir bauen löschen wir ich versuche es so einfach wie möglich zu halten und dementsprechend dass ihr das dann auch nachbauen könnt dann bauen wir uns hier die metalltür beziehungsweise wir wechseln auf das tor so allerdings nicht na gut jetzt kann das nicht noch einmal passieren auch eine gute sache und das sollte so nicht sein naja da auch nicht so jetzt so dass die tore ineinander greifen genauso sollte das sein dann nehmen wir alles überschützige da hinten schon wieder weg das muss bleiben die entfernen wir hätte ich jetzt versehentlich noch eine gebaut ich meine nicht nö gut ok so dann geht es auch schon wieder weiter wir gehen jetzt in die unterwasserteile nehmen wir uns eine röhre wieder in das löschen menü wechseln aufs kabel und nehmen uns die inneren kontakte von den automatischen türen elektrischen türen nicht so schlimm können wir gleich ändern so mittlere haben wir schon mal obwohl es ein unterwasser bauteil ist also nochmal zur kontrolle ich kann es nicht bauen so 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 nein leider nicht nicht so schlimm ahja mit dem kabelglitsch werde ich nochmal kurz erklären also ihr lasst die taste zum löschen los dann springt ihr in das menü für die bauteile in dem fall unterwasser bauteile und da wir das kabel ja bauen können es ist für einen minimalen moment so dass wir auch die unterwasser bauteile bauen können oder eben ganz schön viele kabel das geht natürlich auch äh das so schön na so jetzt aber nochmal hier ja ja ich kann ja die teile gar nicht bauen doch doch ich bin im kreativ modus und im kreativ modus muss ich die bauteile nicht haben wenn ihr in allen anderen was ist denn los hallo wenn ihr in allen anderen modis so bauen wollt dann sieht es so aus dass es vorhanden sein muss jetzt ok jetzt nochmal die inneren kontakte miteinander verbinden ok und die metalltore können wir jetzt löschen und bauen uns natürlich auch noch einen eingang eingang wäre schön dass man auch rein kann weil die sind ja jetzt momentan zu halt die rodo tür einmal dort und einmal dort ja und offensichtlich ist das ganze hier unter spannung und unsere rodo türen leuchten trotzdem nicht ja sie werden auch nicht leuchten auf gar keinen fall zumindest habe ich keine möglichkeit dazu gefunden alles möglich ausprobiert und leider nein aber wir wollen natürlich auch beleuchtung haben es soll ja ein bisschen schick aussehen und das machen wir dann erstmal hier weg also es lag auch nicht hier an den kabeln dass wir dort spannung haben also das blau ist und unter spannung ist sondern ja ich weiß nicht keine ahnung die sind halt einfach so jetzt nehmen wir einfach mal verschiedene farben welche finde ich denn ganz schick jo einmal die gehen wieder ins löschmenü kabel her und setzen uns die hier an die kabel die wir ja noch drin haben nein nicht dahin ei 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 okay dann welche farbe finde ich noch ganz gut na nicht aus dem menü raus ja grünen würde ich sagen ist auch schön passt eigentlich zu den unterwasser bauteilen da haben wir jetzt unsere lampe wie ihr seht der zweite kontakt ist auch da also der von der lampe und da haben wir jetzt den grünen noch achja und andere farbe welchen nehmen wir noch wir nehmen noch einmal rot rot ist immer schön und bauen uns das dort hin so gut jetzt können wir da noch nicht rein das müssen wir natürlich auch noch machen und setzen uns hier einmal die rampe hier hier auch und wie ihr seht wir sehen hier den stein der lampen finde ich übrigens sehr schön und wir gehen da jetzt einmal durch genau einmal durchgehen so ja ist natürlich ein ganz anderes feeling ist eine schöne sache gefällt mir sehr gut und zum abschluss möchte ich hier allerdings trotzdem noch eine kleinigkeit machen ich möchte hier so wie dort drüben die lampen noch benutzen und sozusagen ein ja ein geländer bauen ja wir haben ja noch reichlich zeit alles ist gut und dem entsprechend geht es jetzt los lange rede kurzer sinn ups da für solch einen fall benutze ich eigentlich hier so die naja das ist jetzt ungünstig so besser benutze ich die kanten und zwar dass es ziemlich offensichtlich ist dass es die kante ist falls das bauteil mal verschwindet später aus welchem grund auch immer platte versint ich weggenommen also den boden weggenommen dann könnt ihr die lampen so wieder hinstellen wie sie vorher waren keiner wird es sehen und so dicht wie möglich an die rampe dran ja und ihr braucht euch auch nicht ärgern mit wenn es krumm wird oder ähnliches also umso genauer ihr da seid umso besser ist das und das machen wir hier hinten jetzt auch noch einmal noch ein bisschen drehen noch ein bisschen drehen ok jetzt haben wir hier hinten natürlich steht eigentlich ein bisschen in der luft aber das ist nicht so schlimm im gegenteil ok dann gehen wir jetzt wieder hier rein in dieses menü und nehmen uns die versorgungsrohr also das versorgungsrohr nicht die dann fangen wir hier an nehmen uns so ziemlich die mitte einmal ansetzen das machen wir jetzt bei jeder lampe ok wunderbar ja also ich finde das sieht sehr schick aus und dementsprechend sehr dekorativ so ein kleines must have für jede base sollte man haben muss man nicht aber sieht total schick aus finde ich und von daher ich hoffe es hat euch gefallen was ich gebaut habe wie ich es gebaut habe und dementsprechend würde ich sagen nehmt doch noch ein abo mit schaut wieder rein und dann bis zum nächsten mal Ciao